hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge spielen wir mal bloodborn hier haben wir das letzte mal aufgehört und wir müssen jetzt hier den drop schaffen ja genau kriege weg ich sollte mich vorher wahrscheinlich mal heilen wer weiß wieviel das abzieht gar nichts blutsteinscherbe ok ich habe ich sehe mal gar nichts an gegnern da ist eine leiter gehen wir als erstes die leiter weil dann haben wir oben alles abgehakt ach das ist die leiter dann machen wir das anders dann gehen wir jetzt da rein und versuchen irgendwie auf diese untere ebene zu droppen versuchen muss erst mal auf der seite aber halt von vorne dann kann man dann sind wir vielleicht nicht ganz so in der bredouille ok ich stehe in der luft ok wurfmesser geil blutsteinschirm zwei stück alles nimmt auf immer noch gut ich muss mich da echt öfters kontrollieren weil man sieht es echt teilweise gar nicht so jetzt sind da unten einige ratzen und dann geht es da auch schon wieder raus dann müssen wir die andere seite machen moment morphing gut wenn es ebenso nicht will zack wissen des verrückten ok hinweis vorsicht vor kontakt nächste seite und dann müssen wir da unten rum oh 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 das gibt was da bin ich mal gespannt ja geh mal so rum und dann hinten auf der anderen seite runter aber wir haben schon wieder gut zählen ich stehe wieder in die luft das sind schon wieder ratzen gut eine ist runter gefallen zack auf die zwölf sägesperr okay jetzt haben wir eine waffe bekommen und auf die zwölf juhu also als langwaffe ist das echt genial so kriegen wir nicht die boote kaputt nein die kriegen wir nicht kaputt es hilft alles nichts wir müssen jetzt auch mal wieder heilen bestie voraus ok gegenstand voraus einsicht voraus von und abscheulich vom klecksdings ok einsicht voraus die frage ist gehen wir da rum okay das war gut dass wir hier rum gegangen sind weil hier ist sackgasse ist ein grinsal hinweis nicht nach falle aber langwaffe ist effektiv erinnerst du dich an projektil nein erinnere ich mich nicht ich habe keine ahnung was ihr meint hey da gibt es eine leite nach oben schauen wir mal wo wir da raus kommen oh heurika wissen des verrückten ok ok kiesel 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 yeah so räum mal auf das ist gut fürchte ich vor starker feind da ist eine leiter rechts blutviolen da ist nichts blutviolen okay da lachen sie ok sagt die noch was die lampe brennt aber diesmal gar nicht ich lauf ok schau mal wo wir da hinkommen schau mal auf erbarme meine kleine dame reden ich kenne eure stimme nicht aber ich kenne den geruch Seid ihr ein Jäger? Könnt ihr denn bitte meine Mami suchen? Papa ist nicht von der Jagdstuhr gekommen und sie wollte ihn holen gehen. Aber jetzt ist sie aufwärts. Ich bin allein und habe Angst. Ja, das finden wir. Ach, danke. Meine Mami hat eine Brosche mit roten Juwelen. Sie ist so groß und wunderschön. Sie erkennt man sofort. Oh, das darf ich nicht vergessen. Wenn ihr meine Mami findet, gibt ihr diese Spieluhr. Okay. Ich bin von Papas Lieblingslieder. Und wenn Papa untergeht, machen wir sie an, damit er sich wieder erinnert. Die Mami ist so dumm. Sie ist ohne sie weggegangen. Meine Mami hat eine Brosche mit roten Juwelen. Sie ist so groß und wunderschön. Okay. Ja, hier ist das auf jeden Fall ein Shortcut. Ich weiß, wo wir sind. Da ist das Tor, wo er dagegen klopft. Wir sind hier wieder. Okay. Sehr cool. Jetzt haben wir den Shortcut, den wir da mal gesehen haben, geöffnet. Okay, jetzt müssen wir wieder nach unten natürlich. Natürlich, wo denn sonst hin? Ah, wir sind über dem Ganzen von hier. Interessant. Ja, da geht's. Ich würde sagen, gehen wir runter. Oh, das riecht so nach Falle. Oh, das riecht so nach Falle. Das riecht so nach Falle. Alter. Was war denn das gerade? Quechzübel Kugeln. Wow. Oh, die hauen ganz cool rein. Blutvioli. Okay, hier ist mal gar nichts. Halt, dann sind wir doch hier schon mal gestanden. Bloß wesentlich weiter oben, wo wir gedacht haben, man kann da zu dem Ding da rüberspringen. Das heißt, da oben, da sind wir doch mal gestanden. Da gab es die Rüstung. Ja, da ist wieder einer. Komm. 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 oh crow boom boom da ist nämlich nochmal eine so aber da drin kamen jetzt zwei raus vielleicht ne da ist nichts mehr da war nur die drin dass sie uns auf den Sack gehen okay oh 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 was ist denn da alles was krebst denn da schon wieder rum oh das sind die Viecher blutsteinscherbe hey wir können müssen wir kurz gucken wie viel wir haben aber zehn stück da können wir locker noch ein level hoch zwamsel komm 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 dann ist hier weit soweit alles tipi okay okay heilung ganz wichtig weg okay 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 jetzt mal ganz kurz gucken linsen okay da geht es hoch da geht es weiter oh oh seht ihr das riesige bestie voraus ja ich hab die falsche taste gedrückt fünf oh ja gehen wir mal hoch cool gerät wir müssen auf jeden fall unten weitergehen sagen wir sind wir jetzt hier gelangt blutfiole blutfiole die waren nicht mal so schwer wenn man sie auf der treppe juhu wir sind hier alles kurz und klein hatten halt das kenne ich doch das ist doch wenn wir jetzt da hochlaufen ist die sackgasse oder ja wir sind am anfang das war der shortcut zum anfang ja wie krass das muss ich mal ganz kurz mal wieder zack so wie krass ist das denn wir sind am anfang das heißt wir können gleich mal die waffe upgraden ja da liegt der typ der tote ok jetzt gehen wir erstmal zurück das ist ja geil dass wir jetzt zum anfang zurück kommen leute wir kommen zum anfang zurück wie geil das hätte ich jetzt nicht gedacht dass wir direkt zum anfang zurückgebeamt werden mehr oder weniger ja wie cool direkt erstmal waffe reparieren reparieren warte mal wenn ich die verstärkt dann muss ich sie ja nicht mehr reparieren oder wir brauchen mal plus zwei brauchen wir acht wir haben fünf genau man muss ja nicht mehr reparieren schlau gedacht ja geil hier ist immer noch nichts neues glaube ich oder nö vor allem wir können jetzt wieder level auftanken und wir können mal gucken was wir kaufen können gegengift wenn die da unten wir könnten jetzt aber auch die laterne kaufen kleine tragbar diese jagd dafür sorgt für licht während beide hände zum halten von waffen frei bleiben die fackel ist aber eine stärkere lichtquelle ich würde mal sagen ein gegengift wird man mal mitnehmen aber dann werden wir in level investieren ja genau jetzt muss man schauen wir brauchen wir können bloß ein level hoch also vitality geht gerade noch extrem viel aber wir brauchen ausdauer so dann nimm sie nur mal kurz und sag für diese folge war es das wir sehen uns in der nächsten folge okay lasst einen daumen da lasst einen kommentar da in der video beschreibung und in der endcard ganz viele links bis zum nächsten mal ciao ciao tsch im 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017